Musik Wir sind schon am Tag 3 angekommen und auch heute steht wieder ein Streifzug durch das ganze Land auf dem Programm. Hippippura, es ist Phasen an der Saar, Narischchlor, digital wie letztes Jahr. Und heute reisen wir zu den Roselanos nach Völklingen, zu den Nassauern in Saarbrücken, zu den Bettschbacher Buben und dann, last but not least, zu den Peter Dickeb. Also auch heute Abend wieder ein buntes Programm für euch. Um 17.11 Uhr geht's los. Freut euch auf die Beiträge aus der Industriekathedrale Altes Schmelz St. Ingbert.